Was ist denn das da hinten? Aus Bitterwurzeln kann ich doch Suppe machen. Guckt euch das Vieh da hinten an! Hallo meine lieben Freunde und willkommen zum nächsten Part von Fate to Silence. Und wir merken gerade, dass ein, oh man, ein Schneesturm wütet und das Problem bei der Sache ist jetzt, dass wir, oh doch wir können, wir können das immer wieder neu anmachen. Ja dann ist ja easy. Aber solange wir wahrscheinlich Feuerholz haben, können wir das immer wieder neu anstellen. Gut, dann schlafen wir mal schnell acht Stunden, weil wir uns draußen nicht aufhalten können bei dem Sturm. Oh, okay, okay, ich verstehe. Wir müssen was essen. Wir müssen was essen. So. Gut. Also wir können uns draußen auf jeden Fall nicht aufhalten, weil wir sonst erfrieren. Wir müssen uns erstmal ein bisschen aufwärmen hier am Feuer. Dauert es lang. Sobald du frierst, wird deine maximale Gesundheit schrittweise verringert. Das kennen wir ja schon. Lass uns doch mal schnell, ich weiß nicht wie lange das Feuer brennt, einfach mal eine Stunde. Das brennt noch gut. Und nochmal, eine Stunde. Dann können wir nach draußen gehen wenigstens. So, sehr schön. Das sollte reichen. Dass wir hier nicht ganz erfrieren gerade. Tipptopp. Oh, guck mal, weil es ein schönes Wetter heute. Und da oben fliegt so ein Stein rum. Ich frage mich, was das ist. Jetzt haben wir mal eine Karte. Okay. Das ist wahrscheinlich... Oh, das ist doch ein bisschen größer. Okay. Wo ist eigentlich unser Umhang, den wir hatten das letzte Mal? Hä? Haben wir den echt ausgerüstet? Oder hat es den nur nicht geladen? Jetzt ist gut. Keine Ahnung, was das sollte. Wo wollen wir uns denn hinbegeben? Komm. Wir tun mal diese... Diese... Ach, so muss ich das ja machen. So. Gehen wir mal hier hin. Schauen wir mal, was wir bei diesen... Kristallen oder so... Was wir da noch machen können. Ob wir die irgendwie deaktivieren können. Wir müssen mal ein bisschen vorwärts kommen. Anstatt hier nur die ganze Zeit ums Überleben zu kämpfen. Wow. Das sieht geil aus. Okay. Ähm. Genau. In die Richtung müssen wir. Schnell mal gucken, ob hier unten irgendwas zu holen ist. Aber hier unten waren wir, glaube ich, schon. Genau. Da ist es jetzt höchstens... Okay. Das war nicht schlau. Ich dachte, der kann sich irgendwie festhalten oder so. Let's go. Ich dachte, da kann einer geschrien. Okay. Gehen wir mal zu diesem komischen Virus-Parasiten-Zeug. Warum auch immer da oben ein Auto in den Bäumen hängt. Los. Los, 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 los. Oh, da kommen wir nicht durch. Komm, komm. Go, 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 go. Das wird knapp. Ja, geschafft. Das hat uns geschwächt. Da sehen wir mal, wie dieses Zeug aussieht. Ist der jetzt weg auf der Karte? Ja. Jo, dann würde ich sagen, machen wir doch gerade mal weiter hier oben. Solange wir nämlich nicht angegriffen werden, ist ja alles gut. Wow. Okay. Das ist so ein Thema. Okay, das ist wirklich noch relativ einfach bis jetzt. Jetzt müssen wir hier weg, weil das Ding explodiert. Ja, super. Oh, hier haben wir noch was. Da war doch gerade was. Nicht wirklich. Okay. Unheimliche Essenz. Wiederverwerten. Jo, läuft doch ganz gut bis jetzt. Machen wir hier bei dem Punkt weiter. Okay, ich verstehe. Komm her, du Bastard. Nein, das war nicht gerade schlau gewesen. Ich dachte ja, oh. Haben wir was zum Heilen? Sollten wir doch jetzt dabei haben. So. Und wir frieren uns langsam den Arsch ab, merke ich. Aber das heilt uns ja gar nicht. Oder heilt uns das? Hä? Verbände brauchen wir anscheinend. Hier. Ah. Das müsste uns heilen, oder? Ja. Oh, aber sehr langsam nur. Das heilt uns ja fast gar nicht. Können wir gerade noch mehr reinhauen. So. Die Dinger werden ja immer mehr verstärkt. Komm da ja. Oh, scheiße. Hoffentlich. Komm ich da überhaupt hin? Der will nicht, dass wir da hinkommen. Was auch immer das ist. Nein. Ich hätte fast geschafft. Komm, komm, komm. Nein. Ei, ei, ei. Los. Zum Glück habe ich die Verbände reingehauen. Das habe ich geschafft, oder? Jawohl. Ja, damit hätten wir eigentlich... Oh, was haben wir hier? Wiederverwertbare Sachen. Sehr schön. Unheimliche Essenz. Ich kann gerade wieder Verbände reinhauen. Vollmachen. Gut. Wo sind wir? Weil wir haben uns... Dann können wir auch gerade ganz schnell noch zu unserem Lager. Zu dem hier oben. Wir müssen... Wir sind nämlich ganz schön abgefroren jetzt. Wir müssen uns mal erholen. Hä, ist das wirklich dort? Ne, ich habe den Waypoint woanders hingesetzt, oder? Ne, hier tatsächlich... Ah, hier ist auch ein Lager. Ah, hier ist ein weiteres Lager. Ah, bei dem Bus. Oh, warte, hier will ich mal rein. Okay. Was haben wir hier? Scheiße, wo ist das? Oh, ich... Ja, super, ich bin gleich tot. Wir müssen uns erholen. Sonst sind wir weg. Acht Stunden. Ist wahrscheinlich Nacht jetzt. Ja. Hunger haben wir auch. Nur was essen. Scheiße, wir haben nichts zu essen. Okay, vielleicht... Vielleicht können wir uns was craften. So. Was zu essen. Nein, können wir nicht. Scheiße. Ich kann ein Messer machen. Wofür auch immer. Ein Schwert. Ja, ganz geil. Ich kann gerade mal gucken. Ähm, okay. Inventar. Schwert. Ausrüsten. Zeig mal her. Wow, ganz geil. Okay. Oh, super. Alles nehmen. Oh, was ein Teil, ey. Gut, ich tue jetzt trotzdem erstmal nochmal 8 Stunden schlafen, dass es wie der Tag wird. Ja, ich weiß, ich habe Hunger. Ich weiß. Komm. Schon. Bitte habe ich was gefunden zum... Nein. Nicht genügend Ressourcen. Scheiße. Okay, okay. Wir müssen zu unserem anderen Lager zurück. Oh, habe ich überhaupt noch was zu essen? Verdammt. Wo ist denn das nochmal gewesen? Das war ganz hier unten. Scheiße. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Okay, wir gehen schon auf die Jagd. Ganz einfach. Hier war Jagdgebiet. Habe ich noch Pfeile im Bogen? Okay, einen Moment. Einen Moment, einen Moment. Pfeile. Ausrüsten. Gut. Los geht's. Scheiße. Was ist denn das da hinten? Aus, Bitterwurzeln. Kann ich doch super machen. Guckt euch das Vieh da hinten an. Ach du Scheiße. Was ist das? Okay, wir können uns aber was zu essen machen. Ein klein wenig. Für den kleinen Hunger zwischendurch. Wartet mal. Wow, guckt euch das an. Okay. Ähm. Scheiße. Ja. Zwei Stück kann ich mir machen. Das sollte erst mal reichen. Damit ich mir was esse. Ah, die drei Stück sind es sogar. Gut. Ähm. Tipptopp. Tipptopp. Ey, was ist das für ein Vieh? Aber wir müssen uns auf die Jagd begeben. Wir brauchen unbedingt Rohstoffe. Mhm. Ja, da unten ist jetzt gerade ein bisschen krass, ne? Da kommen wir doch nicht einfach hin. Naja, mit dem Ding lege ich mich ganz sicher nicht an. Wir müssen in ein Jagdgebiet. In ein anderes dann halt. Wir müssen da runter. Wir machen einfach einen kleinen Bogen. Vielleicht sollte ich auch nicht so viel ran. Vielleicht gibt das ein schnelleres Hungergefühl. Na, egal. Was ein Vieh. Okay. Ich hoffe, wir finden jetzt irgendwo ein paar Reha. Laufen aber schon mal in die richtige Richtung. Ein Friedhof. Das heißt nichts Gutes. Aber hier ist tatsächlich nichts. Sehe ich schon welche? Ich glaube, die Karte verändert sich je nachdem, wie weit man kommt. Ich weiß nicht, ob das so schlau war, dass ich gerade drei von diesen Brutstätten schon kaputt gemacht habe. Also, ich befinde mich jetzt dann im Jagdgebiet. Scheiße, ich sehe aber keine Reha hier. Okay, wenigstens Wurzeln. Die ich essen kann. Aber ansonsten, da hinten liegt doch ein Tod. Ah, ich glaube, das ist einfach das, was ich erledigt habe, oder? Oder was ist das? Das ist ein toter Hirsch. Doch, das ist erledigt. So. Verdorbene Überreste. Verseuschtes Fleisch und Knochenstücke. Ein Gefährte mit der Fähigkeit Jagen könnte etwas aus dem Fleisch, äh, aus dem Pelz retten. Ja, komm, dann nehme ich das noch mit. Ich habe halt keinen Gefährten. Wofür nicht den Gefährten? Ich muss wahrscheinlich einfach mal ein bisschen weiter vorrücken. Oh, gut, rohes Fleisch. Das ist okay, erstmal. Das ist okay. Das heißt, wir können eigentlich weiter vorrücken. Und zwar... Wollen wir hier hin? Oder dorthin? Hm, ja, komm, gehen wir hier. Was ist denn das hier für Zeug überall am Boden? Ja, aber das ist ja die zerstörte Brutstätte von denen. Da kann ich ja nichts mehr holen. Okay. Gut, wir laufen auf jeden Fall jetzt noch da hoch. Äh, genau. Hier hin. Es ist schon wieder was Neues auf der Tartekarte aufgetaucht. Das ist denen ihre Hauptbasis wahrscheinlich von diesem komischen Parasiten. Ach du... Hä? Ist der jetzt plötzlich hier? War der schon... War der nicht... Ah, das Ding fliegt? Gut, wir sollten auf jeden Fall jetzt noch zu unserem... Zuhause, also zu dem Lastwagen. Zu unserem Lager. Weil hier draußen ist es einfach nicht sicher genug. Hm, hier ist noch so eine Brutstätte. Ah, das Ding werft die ab. Kann das sein, dass es immer wieder neue gibt? Nee. Aber es ist eben gerade was von dem Himmel gefangen. Wo ist denn hier noch so eine? Da hinten. Ist das riesige Steinmonster noch auf dem See? Die Brutstätte ist aber auch nicht mehr da. Hier wäre eigentlich eine. Aber dem ist jetzt nicht mehr so. Also, laufen wir weiter zum Lager. Okay. Können wir uns wenigstens wieder dann essen und so machen. Das Vieh ist glaube ich noch da hinten. Boah, da sind ganz viele Rohstoffe da hinten. Die holen wir dann das nächste Mal. Okay, aber für das erste, Leute, ist der Part jetzt fertig. Ich hoffe, euch hat der Teil gefallen. Oh, ich habe kein Lagerfeuer mehr. Scheiße. Okay. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Unterstützt mich doch bitte ein bisschen. Könnt ihr mein Video teilen oder ein bisschen Werbung für mich machen. Oder keine Ahnung was. Oder schreibt mir einfach was Nettes in die Kommentare rein. Oder abonniert meinen Kanal. Habe ich immer ein bisschen Freude, wenn ich sowas sehe. Und ansonsten, ja, ich hoffe, euch hat der Part gefallen nochmal. Und ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Und bis dahin würde ich sagen, haltet die Ohren steif, Leute. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Oder einen schönen Tag. Bei mir ist jetzt Tag, genau. Und ciao. Ciao. Ciao.